Oder weiß ich gar nicht. Oh, ich seh doch nicht. Tränke. Der ist leer. Da ist jetzt nichts. Okay. Ziemlich verlassene Öle hier. Am Eingang waren doch welche. Vielleicht können wir ihn von hinten neuscheln. Ja gut. Damit kommen wir zu einer der vielen Sachen, die ich rette dich. Auch wenn du tot bist. Warum die Angst? Oh, du bist aber ein schwerer. Egal. So. Steel War Ext. Ey, der hat einen Schaden mehr als... Das finde ich jetzt unfair. Egal. Geld. Und zwar kommen wir zu den Rätseln. Das ist eigentlich noch recht einfach. Man sieht da oben, da ist was weggebrochen. Also so weiß man, okay, das Ding ist da runtergefallen. So. Jetzt müssen wir uns nur merken. Schlange. 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 Delfin. Geben das hier ein. Schlange. Schlange. Delfin. Schlange. 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 Delfin. Hammer. Brücken wir den Hebel. Gehen sich jetzt aber weg. Aber alles gut. Gibt es hier noch was zu machen? Geben. Na kommon. Gib mir eine Challenge. Ähm. Ja. Und hüpfen. Oh, wow, 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 was kommt denn da? Wie ist das? Oh, 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 wo bist du? Hallo? Ganz genauso, wenn die treffen wie ich, ne? Hallo? In der Luft weggesplittet. Guck mal, da ist ein Kumpel. Guck mal. Have a body. Okay, da kriege ich ihn nicht. Aber ich könnte mal Magie benutzen. Nichts ist schöner als elektrisierender, gebrannter Lesnysgeber. Keine Ahnung. Ähm. Das ist ja alles leer. Scheiß Banditen räumen ja alles leer und ich kann nichts mehr looten. Tief. Eigentlich heißt es der Dieb. Aber das ist ja auch alles englisch, ne? Ah, das ist sogar unser erstes Buch, wo wir eine Fähigkeit bekommen haben. Muss man auch dazu sagen. Der hat weniger als unseren. Aber das braucht nichts. Oh, da unten ist schon unser Ziel. Zumindest eins von zwei. Ich weiß es gar nicht mehr. Egal. Einmal bitte das anlegen. Dankeschön. Los geht's. So, davon haben wir jetzt auch bald mal genug. Also man kann nie genug haben. Aber wir haben ja auch eine, wie man hier sieht, eine Traglist. Die dürfen wir auch nicht überschreiten. Denn dann werden wir zum einen, ich muss mal kurz vor meinem Headset auf den Akku wechseln. Scheiß Brot. Nein Quatsch. Da kriegen wir zum einen haben wir dann das Problem, dass wir nicht mehr sprinten können. Also heißt wir können nur noch gehen. Und zum anderen haben wir dann auch das Problem, dass wir nicht mehr schnell reisen können. Das heißt wir müssen immer normal laufen. Ähm. Das fällt mir noch spontan an, dass ich gerade auch besprechen könnte. Damit es jetzt nicht so unproduktiv aussieht. Ähm. Guck mal. Hätte ich noch wenigstens geschafft das noch aufzunehmen, könnte ich auch darüber reden. Und zwar. Wobei ich kann auch den anderen Akku wieder reinpacken. Also kann ich da mal kurz stehen bleiben. Es tut mir leid. Ähm. Zum einen ist es nämlich so, dass man diese Schriftrollen die man da hat. Das sind quasi Einwegzauber. So kann ich die jetzt mal nennen. Ähm. Das ist quasi so, dass man diese Rolle verwendet und quasi den Zauber wirkt als ob man ihn hätte. Aber dann verschwindet diese Schriftrolle und man kann halt nicht mehr benutzen. Ja. Ich bin gerade fertig gegangen. Tut mir leid. Ähm. Irgendwer labert da. Ist mir egal. Du hast wahrscheinlich wieder Gold, weil deine Knochen aus Gold bestehen. Ah. Fuck you. Ähm. Ist hier noch irgendwas? Ne. Okay. Loot sieht hier nicht so aus. Spinnenweben. Hat schon das Wort. Das würde zu lange nicht euch erwarten. Spinnen. Nein. Nicht schon wieder. Hilf mal. Du bist ne große. Verwundet. Helft mir es los zu werden. Helft mir es los zu werden. Okay. Oh. Die Linie war viel schaden. Hau. Immer schön auf die Schnauze. Aua. 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 Das hat weh getan. Das hat weh getan. Wir nutzen kurz diese Verzögerung. Und. Wir nutzen eine andere Fläche eher. So. Mana niedrig. Schade aber auch. Ähm. Jetzt wird er wenigst. Aber war das in der Partner. Weil natürlich haben wir noch diese Kräfte hier auch verblöse. Die habe ich. Ne. Mache ich vielleicht mal Flammen und den Braunt rein. Ähm. Entschuldigung. Ähm. Man kann ihn nehmen. Okay. Das ist sehr gut. Stimmt. Äh. Du sollst eigentlich bis auf die Flammen. Okay. Dann machen wir mal Flammen. Aber wobei wir haben gerade keinen Weg zu werden. Okay. So. So. Jetzt ist aber gut. Okay. Na. Na. Wohl nicht. Was willst du denn eigentlich die ganze Zeit. Eieieieiei. Das ist tief. Hi. Yeah. Fußball. Hier drüben. Na du. Ihr habt es geschafft. Ihr habt es getötet. Jetzt schneidet mich los, bevor noch etwas anderes auftaucht. Okay. Ja. Die Klaue. Ich weiß wie sie funktioniert. Die Klaue, die Zeichen, die Tür in der Halle der Gelen. Ich weiß, wie alles zusammenpasst. Helft mir herunter, dann zeige ich es euch. Ihr werdet nicht glauben, welche Macht die Nortir verborgen haben. Gebt mir zuerst die Klaue. Gut, mal sehen, ob ich euch einen Kopf guter machen kann. Hä? Will denn das töten? Sieht es so aus, als könne ich mich bewegen. Ihr müsst mich erst losschneiden. Das ist ein Argument. Holt mich hier. Verlass mich nicht, um Arkaids Willen. Nein, keine Lust. Okay, egal. Es lockert sich. Ich kann es spüren. Naja, äh, sechsmal wieder auf den Schild, weil ich es brauche. Äh, so, jetzt haben wir... Ah, nee, Stahlschild war ja in Ordnung. Ich wollte gerade sagen, hey, mein Schild hat sich verändert. Dummkopf, warum sollte ich den Schatz mit jemandem teilen? Ähm. Wieso rennst du trotzdem vor? Und machst die Arbeit für mich? Ha, hab euch! Ich wusste es. Oh. Ähm. Das war gerade witzig, aber nicht gewollt. Golden Claw. Das Tagebuch. Brauchen wir das? Ne, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht, oder? Brauchen wir nicht, oder? Da können wir reingucken. Da können wir kurz... Mal kurz blöden sie. Sagt es uns was? Hö. So, aber gut. Brauchen wir nicht. Mal kurz auslösen, mal Spaß. Okay, das hat man ja erwischt. Dann will ich ja. So. So. So geht down. Yes. Oh, wir sind schon wieder vorhin schon eine Stufe hoch, ich würde sagen Ausdauer, weil das ist so eine Sache, das muss verbessert werden. Ich bin so ein schwerer Wüsternstyp, das würde ich sagen, okay gehen, da wir noch bei Schmiedepunkts noch nichts machen können. Und, ja... Oh, oh, das würde ich sagen. Aua. Ja, passt los, passt los. Okay, jetzt war wahrscheinlich die Ausdauer halt down, deswegen konnte ich den Finisher machen, aber, ja... Ich weiß nicht, also vom Gefühl her wäre es eigentlich gar nicht so schlimm, also nicht so häufig und sowas. Aber, das müsst halt ihr entscheiden. Und so. Hey, Buddy. So. Alles gelootet. Hm, so ein Zweihandling war eigentlich auch schon ganz fett, aber ich brauch das erstmal nicht. Au. Sehr gut. So, nächster Punkt auf der Agenda ist erstmal hier durchkommen. Das Ding explodiert, wenn man das fallen lässt, bzw. auf schießt und fällt es runter, mag bumm und großes Aua. Ich glaube, ich habe es jetzt schon beschrieben. Letztes Mal für so eine Sache, der hat ja eigentlich keinen Ausdauer verloren, deswegen weiß ich nicht mal in der Regel, wie ich es gerade gemeint habe, auch stimmen könnte. Deswegen retten wir auf mich, das ist glaube ich das Beste. Hier habe ich einen Plan. Das ist sehr selten für mich. Oh nein, ich habe einen Plan. Oh, gut so. Habe ich den Boden zu tun. Ich bin so glasch gespannt. Und? Stattling? Nein, guck mal erstmal auf jeden Schiff, glaube ich. Ach, ich habe den gerade noch mal. Jawoll. Schön. Burn, baby burn. Oh, letztlich hätte er genau... Nee, nicht ganz genau, aber in mir in der Nase eingebaut. Jetzt können wir ganz reflekt, ob das nicht... Sehr schön. Improvisation im Kampf nenne ich das. Iron Shield, also Fings. Eisen Shield haben wir eigentlich schon. Und wir haben es noch verbessert, dann haben wir eigentlich. Oder hat er das jetzt... Nee, doch, doch. Ich dachte, weil wir ja damals einmal gestorben sind. Ähm. Hallo? Nee, okay. Äh, dass wir vielleicht das auch noch nicht gemacht haben, aber das war ja danach. Äh, danach sind wir gestorben, mit dem wir verbessert haben. So. Ja, einen kleinen Weg vor uns. Der geht hoher. Sieht irgendwie aus wie eine Farbe. Ah jo, wie ich es gesagt habe. Schnauze, Schnauze, Schnauze. Episch. Ähm. So. So. Das... Entspann dich mal. So, das und das, das passt doch perfekt. Da kommen wir nicht mehr weiter, also müssen wir hier. Wenn wir das machen. Ja, 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 ja. Wie der wild-wasserser rusche. Ähm. Ich habe hier einen Trollschädel und ich werde ihn noch benutzen. Ich kann es jetzt sogar noch nicht dabei angucken. Ich kann so eine Kokosnuss aufspalten. Wir brauchen auf jeden Fall eine Spitze, damit wir auch so Erze mitnehmen können. Das ist nämlich so ein Hauptgrund, den wir brauchen, um die Schmiede zu verbessern. Erze schmelzen und dann umwandeln in... Warte, tut der mehr? Tut der besser? Ne, der macht nichts besser. Aber ich will ganz ehrlich, ich habe echt auf einer Optik keinen Bock auf diese scheiß keizerlichen Rüstung. Guck mal, der macht so viel, 23. Und der macht 20, ja gut, sind ja nur 3 Punkte. Von daher weckt mir den und hallo! Jetzt auch schon auf das zugreifen, also schnell ihn anziehen. Jetzt sehen wir doch schon fast aus, wie das... Ah, wie heißt denn das Bild, das für Skyrim ist? Oh, warte mal. Das offizielle Titelbild für Skyrim ist bei Steamimi drin. So, weg mit dir. Cooler, cooler, wie so ein Steinchen. Ui... 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 Ausgeber. Herd damit. Wieder Gold. Die reichsten Skelette der Welt. Noch ein Bild können wir auch brauchen. Aber was haben wir denn hier noch? Ja, das müssen wir knacken, aber das müssten wir ja eigentlich richtig locker hinbekommen. Gold, das... Ansonsten ist hier schon nichts mit nochmal Gold. Wollen wir hier noch ein Skelet. Mit nochmal Gold, okay. Wie war das noch mit den reichsten Skeletten der Welt? So, dann verfolgen wir weiter... Wollte ich das eigentlich nicht sagen. Nehmen wir noch einen Schimmelpilz mit. Erstmal in die falsche Richtung laufen. Wow. Was ist das denn für ein Boost? Okay. Egal. Ähm... Zu diesen Trauergiesen denken wir so... Fuck. Falsche Richtung. Ähm... Noch mehr Schimmelpilz. Das braucht jeder dann im Zuhause. Okay. Hüpf. Nein. Hüpf. Ach, dann lässt mich doch mal in Ruhe. Aber dann legt's mir doch mal im Walsh. Mensch. Mensch. Oh! 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 Ich liebe die Apera andetwegen ich das noch Damage. Wenn er hier reinkommt, ist er am Arsch. Liest du mich? Liest du mich? Egal Und machen wir besser Gut Dann auf den Schritt umwechseln Obwohl wir könnten nicht irgendwo noch so gesehen So So krass Yeah Die Iron Man Und schon Laser kommt ja vorher Und wir haben sogar noch mal Gold bekommen Wie viele haben wir jetzt eigentlich schon Schon 554 Ja Geht gut ab Oh der Link ist glaube ich besser als Novice Ich blick da manchmal nicht durch mit den Schwierigkeitsstufen Was besser als was ist Aber nun gut Gut Joa Ist da noch was Ne Ist da noch was Außer die versteckte Kiste hier Die leer ist Die ich gerade gelootet habe So Weiter im Text Achso Nächste Ebene kommt rein Joa Mal sehen was da auf uns wartet Ne Leinentücher Oh Ne Leinentücher Was Alter Burn Sehr schön Applaus Für den Herausforderer Er hat's nicht geschafft Aber ich will immer runter scrollen für irgendwie andere Waffe Aber das muss ich immer mit Kuh machen Was ist denn los Was ist denn los Was ist denn los mit dir Und mit mir Ähm Geht er da hin Geht er da hin Geil Dann könnte ich den Da komm schon Oh Come on Ta und Geht Geht Geht